Andrea, willkommen bei Hancock TV. Dein erstes DTM-Rennen in drei Worten. Stressig, viel Spaß, viele Drifts. Du bist es ja gewohnt, im Rennen mehr Frischluft um dich rum zu haben. Hast du im DTM-Auto die Fenster auf? Nein, aber es kam trotzdem viel Staub rein beim Rennen. Das hatte ich nicht erwartet. Drei Worte zum Hancock-Reifen. Der Grip ist wirklich gut. Stop, stop, danke. Das waren ja schon fünf Worte. Schaffst du es den Audi auf zwei Rädern, um die Kurve zu fahren? Nein, nein, das will ich wirklich nicht. Was ist für dich die wichtige Eigenschaft, die ein Reifen haben sollte? Ich möchte viel Grip beim Bremsen. Welchen Job hättest du, wenn du nicht Rennfahrer wärst? Keine Ahnung, echt keine Ahnung. Darüber denke ich nie nach. Hast du einen kulinarischen Tipp für uns hier in Misano? Wo und was sollen wir essen? Überall. In der Emilia-Romagna kannst du überall hingehen. Es ist immer gut. Vor allem der Fisch natürlich. Wohin willst du lieber in den Urlaub? An die Riviera oder an die Adria? Nach Hause. Wo ist das? Hier in der Nähe, aber nicht am Strand. Maserati oder Ferrari? Ferrari. Pizza oder Pasta? Unmöglich zu entscheiden. Beides. Andrea, mille grazie und ciao. Thank you. Ciao.